Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls im Livestream. Heute mit dabei ist... Hallo! Also, hallo, hallo, wir gehen jetzt los, hallo, komm mal mit, hallo. Nein, er heißt Tobi. Genau, er heißt Tobi und wegen ihm mache ich dieses Projekt überhaupt und... Ja, der Tobi wird mir jetzt bei den Gargoyles helfen und ich bin sehr froh darüber, weil ich habe keinen Bock, die nochmal alleine zu versuchen. Ähm, die Ritter können wir lassen. Wir müssen jetzt einfach nur bis zu den Gargoyles kommen und dann die kaputt machen. Warte mal, warte mal. Oh, und da seht ihr schon sein Riesenschwert und... Ja, er macht den Ritter mit zwei Schlägen einfach kaputt. Ja, den ersten hat er geblockt, deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Ja, eben, also damit kann er jeden Ritter mit einem Schlag plätten und... Ja, das wird er wohl auch mit den Gargoyles so machen. Aber ich helfe natürlich mit, ich lasse mich hier nicht, äh, carryen. Ich helfe selbst auch nicht. Du, der hat mir was in den Rücken geschlagen. Ja, musst du ein bisschen besser aufpassen, Tobi. Das wird... Aua. Ja, gerade ich muss besser aufpassen, ne? Weil, ja. Weil ich das jetzt gesagt habe, passt besser auf. Hm, gerade ich. Wir haben auch nur einen Zuschauer jetzt gerade im Livestream. Das ist der liebe Rob und, äh, deswegen müssen wir uns nicht so viel Mühe geben. Wenn die Aufnahme verkackt wird, dann machen wir es einfach neu und, äh... Ja, 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 ja. Rob hat einfach Zeit verschwendet. Gut, dann... Rein da, rein da, rein da. Gehen wir rein. Jawohl. Ab zu den Gargoyles. Shit. Ja, du hättest es vielleicht warten sollen, bis ich drin bin, bevor du weiter nach vorne gelaufen bist. Nein, okay. Erstmal den Gegner anvisieren und dann guckt euch Tobi an. Aua, dafür habe ich aber erstmal eine Schelle kattiert. Sag mir, wenn du geheilt werden willst, ne? Ups. Ja, das war gut. Boom. Ja, heilig. Du bist tot. What the fuck? Okay. Also, erster Versuch ist gescheitert. Wieso kannst du nicht dodgen? Ey, ich habe gedacht, der wäre schon tot und ich war generell noch im Schlag und dann war ich aufs Mal verbrannt. Ja, du sollst doch... Mann, Kalla, jetzt musst du mich wieder rufen. Das kriegen wir alles hin. Alles kein Problem. Aber hast du gesehen? Drei Schläge und die sind tot. Ja, ich habe es echt gesehen. Also, Tobi ist hier echt heftig dabei. Ich setze mal wieder den Stein. Jo, setz den mal. Und es ruckelt ein bisschen bei mir, sollte aber nicht stören. Dann hoffe ich. Ich weiß nicht, warum es das tut, aber... Naja. Ich habe dir ja gestern gesagt, dass ich ein bisschen trollen werde. Ja, troll du mal. Ich sollte vielleicht auch nicht den schweren Angriff nehmen, weil das ist halt echt... Du brauchst mindestens drei Sekunden, bis du zuschlägst mit dem scheiß Angriff. Mhm. Mal gucken, ob es jetzt schneller geht. Ob ich dich schneller finde. Symbol steht schon. Okay. Aber ich bin jetzt nicht mehr menschlich. Das heißt, ich muss mich wieder menschlich machen, ne? Yes. Also gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder hier mit Tobi bin. Und da ist er wieder. Ja, Tobi. So, dann probieren wir es einfach nochmal. Diesmal passe ich ein bisschen besser auf. Und vergesst nicht, dass ich auch rollen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, ich kann auch nicht rollen, wenn ich die andere Waffe ausgerissen, äh, da habe. Weil ich bin zu schwer beladen. Deswegen rennst du so schnell und ich ist langsam. Mhm. Also ich lasse dir den mal, ne? Was? Ja. Hey. Ja, der braucht sonst eigentlich auch nur drei Schläge, also. Ein. Ja. Oder ein von dir, ne? Ist natürlich auch machbar. Das Gute ist, wenn ich jetzt sterbe, ich behalte meine Seelen. Toll. Ich nicht. Musst du das von dir sein. Ja, weil ich halt ein Phantom bin. Hm. Ja, mach mal Tobi, ne? Ich habe einen getötet, das muss reichen. Ja, und ich habe die anderen alle getötet. Einer ist runtergesprungen, auch kein Problem. Ich habe einen Schlag abbekommen. Määh, ich bin so schlecht. Ich habe auch einen abbekommen. Von daher geht's. So, diesmal darfst du zuerst. Aber wenn ich... Ich kann da erst durch, wenn du da durch bist. Echt? Sicher? Ja. Du musst halt am Anfang nur warten, kurz. Ah, hier, ich sehe schon. Hier könnte ich einen NPC beschwören, ne? Ja. Ah, okay. Durch den Nebel. Ach, die sind schon jetzt von Anfang an da. Weißt du? Aua. Das hat mich durch die Nebelwald getroffen. Ich habe mein Gut zurück. Das war erst mal wichtig. Au. Äh, ich muss mich heilen, eben. Und jetzt kommt auch schon sein Kumpel. Jo, erster Down. Schön. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten platt kriegen. Ah, ist weniger ein Problem. Oh, sein Schwanz ist abgeschlagen. Ja, Tobi, danke. Immer wieder gehe. Wir haben einen Gargoyle-Helm und eine Gargoyle-Helle-Bade. Ja, weil wir von dem einen den Schwanz abgeschlagen haben. Und Doppelmenschlichkeit. Ja. Die geben Doppelmenschlichkeit. Du musst jetzt da, äh, den Turm hoch und die Glocke läuten. Ja, Glocken läuten mach ich sehr gerne. Gut. Ich gehe schon mal weiter ins nächste Gebiet, damit du mich da sofort wieder beschwören kannst. Mhm. Ich gucke mich aber erst noch mal ganz kurz rum. Ich passe auf, dass ich nirgends runterfall. Das wäre jetzt echt kritisch. Und Entschuldigung, äh, dass es ein bisschen ruckelt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ansonsten kann ich ganz normal streamen. Immer, aber heute, heute nicht. So, mal gucken. Gelobt sei die Sonne. Ja, das ist doch schön. Aua. Hm? Ja, heilig. Ist mir doch egal. Klettern wir einfach mal hoch. Wieso nicht? Okay. Hier. Was ist hier? Gute Frage, ne? Schön aufpassen. Nicht runterfallen. Wä? Ey, diese blöden Gargoullestatuen, die machen mir irgendwie Angst. Aber da kommt keiner mehr. So, dann haben wir es. Und mal gucken. Ah, ich habe gerade gehört, wie du die Glocken geläutet hast. Hm. Ja, es ruckelt. Hm. Erfolg. Glocke. Kirche der Untoten. Wunderbar. Also haben wir das geschafft. Und ich schätze mal, jetzt muss ich einfach wieder zurück, oder? Ja. Alles klar. Gut. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Ich kann hier nirgends hin. Na dann. Ja, schön. Das war ein... Interessanter Bosskampf mit dir. War jetzt nicht so schwer wie alleine. Oh mein Gott, wer ist denn das jetzt? Ha, hallo. Grüß dich. Ich bin Oswald von Kheri. Der Weg. Ja. Ich bin Oswald von Kheri. 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 Widerrufen. Vergebung erbitten. Gesten erlernen. Erstmal gucken, was er so hat. Also er hat einen Läuterungsstein. Reduziert Fluchsteigerungen und hebt Flüche auf. Anklage meldet Verbrechen eines Eindringlings. Buch der Schuldigen prüft Liste angeklagter Spieler. Ja, wenn niemand deine Welt invadet, da kannst du den quasi bandmarken. Okay. Dann hat er noch die karmische Gerechte. Nein, 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 nein. Kann ich mir sowieso nicht. Achso, du bist gerade am sterben oder was? Ja, ich war nicht schnell genug und der Drache kam und... Oh. Aber ich habe überlebt. Gut, dann hat er noch Velkas Talisman. Was macht denn der? Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Ja, das ist für Zauber. Okay. Und dann hat er noch Ringe, den Blutbissring, den Giftbissring und Ring der Opferung. Der Träger erleidet bei seinem Tod kein Verlust. Ey, das ist ja... Aber dadurch geht der Ring kaputt. Ja, ich habe es gerade gelesen. Ich habe ja auch schon so einen, aber den rüste ich extra mal nicht aus. So, ich bin da. Mhm. Dann Giftbissring. Blutbissring. Ich weiß nicht, würdest du von dem irgendwas kaufen? Den Läuterungsstein, Anklage oder... Das Anklagebuch habe ich gekauft. Das Anklagebuch. Wie viele Seelen haben wir? Ja, kostet ja auch nur 200. Das können wir uns leisten. So. Dann haben wir das. Und ansonsten Eid widerrufen, Vergebung erbitten. Weißt du, was der dann macht? Ja, wenn du Sünden machst, zum Beispiel Händler töten. Sonst nimmt er dann von dir weg. Aber das kostet verdammt viele Seelen. Ah, okay. Na, ne. Ich habe ja nur einen getötet und der... Egal. Das kostet dennoch verdammt viele Seelen. Hm, ja. Ne, das rentiert sich dann glaube ich nicht. Ein bisschen sündigen muss man im Leben. So, dann können wir hier auch wieder runter. Ich hoffe, danach läuft es wieder halbwegs flüssig. Ansonsten spielen wir hier mit 15 FPS. Und zwar dauerhaft. Das wäre jetzt nicht so gut. Nicht so gut, ne? Okay, da außen lang kann man auch nicht. Wunderbar. Dum, 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 dum. Ah, hier ist schon besser. Gut, äh, wo soll ich denn hin, Tobi? Wir haben ja jetzt die Glocke geläutet und... Zu dem Ziegen. Zu dem Ziegen-Typen. Okay, also der, der mich mit zwei Schlägen einfach mal geplättet hat. Gut, ähm, wie kommen wir da am schnellsten hin? Am besten beim Drachen durch, ne? Ja. Okay. Du musst da durch. Hm. Gut, dann machen wir das auch. Dum, dum, dum. Dann sprinten wir einfach jetzt da lang. Ist noch ein Ritter, den hole ich mir. Hat der irgendwas... Ne, hat nix gedroppt. Gut. Oh je, jetzt bin ich fast am sterben. Nicht gut. Und hüpf. Okay, die zwei muss ich jetzt wahrscheinlich töten, bevor ich mich ans Feuer setzen kann. Ne, wenn du dich ans Feuer setzt, werden die zurückgeschickt. Ah, okay. Ja, weil ich hatte es das letzte Mal, dass es dann hieß, ja, kannst nicht, weil noch Gegner da sind. Aber jetzt ging's. Dann kann ich ja eigentlich mal aufsteigen, oder? Ähm, mit so vielen Seelen, wie ich nochmal... Könntest du tun? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mehr auf Stärke. Sagst du mir dann, welches Level du bist? Also ich wäre dann Level 17 bei Stärke. Nein, nein, dein Gesamtlevel. 24 wäre das. Meinst du, ich könnte es einfach mal machen, drei auf Stärke? Klar. Also ich meine, es hilft mir ja nachher, schwere Waffen zu tragen, von daher. Warum nicht? Gehen wir mal ein bisschen auf Stärke. So, und jetzt muss ich... Dann gehe ich jetzt auch nochmal aufsteigen. Hm, jetzt muss ich nur irgendwie an dem blöden Drachen vorbeikommen. Oh, er war gar nicht da. Na dann. Habe ich damit auch kein Problem. Jetzt ist er gekommen. Alle gestorben. Gut. Ist doch super. Welches Level warst du 24? Ja. Ich bin Level 24. Okay. Boah, kostet das schon viele Seelen. Eventuell kriege ich jetzt nochmal ein paar Seelen von denen und dann steige ich einfach nochmal ganz kurz auf, bevor ich weitergehe. Ja, ich brauche jetzt schon mehr als 5000 Seelen für ein Level Up. Ja, ich brauche so ein bisschen 3000 noch was. Ich habe jetzt 3000. Also theoretisch müsste ich... Ah, ich bin mir nicht sicher. Komm. Einfach mal nicht riskieren. Oh Mann, ey. Ja, jetzt machen sie mich wieder kaputt, ey. Der scheiß Brandbomben-Typ, ey. So. Ich könnte ja auch erstmal den anderen Ritter versuchen. Könntest du auch tun. Der ist hier auch noch in der Nähe. Ich weiß zwar nicht, wo ich dann lande, aber... Da geht's nicht weiter. Das ist quasi eine Sackgasse. Also nur der Ritter? Ja. Dann... Ich gucke mal ganz kurz und versuche es. Und wenn ich ihn nicht schaffe, dann sammle ich mein Gut wieder und dann gehe ich halt danach zu dem... Ziegen-Typen. Also mal gucken, ob wir ihn... Wie gesagt, von hinten... Eine schwere Attacke. Also wie gesagt, nicht schwer halt, dass du den erdolchst halt. Und dann solltest du dem halt noch eine schwere geben. Dann sollte der auch schon tot sein. Bei viel aushalten tut der nicht. Oh, ich hab's verkackt. Aber egal. Aber... Das war ein Fehler! Ich stand mit dem Rücken zu ihm. Das war echt. Das war doof. Naja. Kann er, der Noob. Ja, und? Okay, jetzt sterbe ich. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe gleich. Oh Gott. Jetzt bin ich tot. Okay. Also gut. Er wäre fast tot gewesen, aber ich hab sein Pattern irgendwie nicht durchschauen können. Gut. Ja, schon bad irgendwie, ne? Er ist schon ein bisschen heftig, ja. Muss ich jetzt gucken, dass ich an dem Drachen vorbeikomme. Ey, bitte lass mich leben. Aber das hat ja super geklappt. Oh Mann, ey. Verdammt. Hätte diese blöde Backstep-Attacke funktioniert, ey. Dann wäre er tot gewesen. Dann hätte ich ne... Ja, dann kannst du halt sofort noch ne schwere Attacke hinterherjagen. Und dann ist er eigentlich 15 down. Ja. Genau. So. Naja, ist ja nicht so schlimm. Die paar kleinen Gegner hier mach ich auch noch. Und dann geht's auch schon weiter. So, euch. Euch hasse ich. Oh. Okay. Na komm. Komm. Greif an. Komm. So, hier nochmal ein Gut sammeln. Hast du ihn jetzt platt? Äh, nee, nee. Ich riskiere es jetzt einfach mal nicht. Jetzt wollen wir erstmal den anderen machen. Den Ritter kann ich ja später immer noch holen. Der rennt ja nicht weg. Schon ne gute Leistung vom Color. Ja, dass ich einfach gar nix auf die Reihe krieg. Egal. Ich hol den mir später mal. Äh, oh. Was dachte ich grad? Ich bin runtergefallen. Okay. Genau, hier ging's lang. So. Und dann kommen jetzt wieder diese Rattenviecher. Die waren ja nicht so schwer. Na. Aber jetzt vergiften sie mich gleich. Da ist ja noch einer. Der lebt ja noch. Und noch einer. Okay. Gut, dann kommen jetzt wieder diese blöden Vergiftungstypen. Nicht Vergiftung, Blutung. Äh, genau, Blutung. Ich mag euch nicht. Aber ihr geht jetzt auch mit zwei Schlägen tot, von daher. Also du bist schon unten, oder was? Ja, ich bin jetzt unten. Also ich hab jetzt die ersten drei, ähm, Blutungstypen. Also die Hunde hast du auch schon tot, ne? Ja, die hab ich auch tot. Äh, das Haus, wo der erste rauskam. Links. Das Große. Also das Rechte dann, in dem Fall. Wenn man runterkommt. Das Linke. Ja, eben das Linke, okay. Du gehst ein bisschen runter und dann das Linke. Das erste, wo du reingehen kannst. Genau. Wo einer rauskommt. Ganz genau. Da bin ich auch gleich reingestürmt und hab den getötet. Ja, da hab ich mein Symbol hingelegt. Okay, dann müssen wir wieder mal kurz warten. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lang. Und dann probieren wir uns einfach nochmal an dem Ziegen-Typen. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Achso, ich bin... Du bist... Ja, das darf er wieder zum Lagerfeuer, sich menschlich machen und dann darf er wieder zurück. Ja, wir... Ähm... Scheiße. Applaus, Applaus. Das ist live. Ähm... Och Mann, ey. So ein Scheiß. Das haben sie echt gemein gemacht. Das haben sie mit voller Absicht gemacht, dass man sich erst am Lagerfeuer menschlich machen kann. Mit voller Absicht. Aber dann kann ich auch nochmal kurz aufsteigen. Das wird jetzt nicht so lange dauern. Steige ich kurz auf. Nochmal Stärke. Ich hätte eigentlich auch noch mehr aufsteigen können, aber ich habe keine Lust gehabt, meinen Seelenvorrat zu plündern. So, dann muss ich nochmal Menschlichkeit aufessen. Jetzt habe ich nur noch zwei. Und du hast noch eine Doppelmenschlichkeit. Ja, aber wenn ich dann sterbe und mein Gut verliere, habe ich wieder gar nichts. Tschö. Das ist ein bisschen blöd. Aber du kannst Menschlichkeit später farmen. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, spezielle Gegnertypen, die dir auch droppen, oder? Mhm. Ja. Ja.